Freunde der Sonne, ich war heute mit den Kindern im Wald und das war jetzt das zweite Mal, also wir gehen pro Monat einmal in den Wald. Das letzte Mal lag sogar noch Schnee, das war dieser 1. Mai, nein der 1. April, in dem noch Schnee lag und so beschissenes Wetter war. Und an diesem Tag hatte ich nach dem Waldspaziergang, beziehungsweise nach dem Waldtag, eine Zecke. Heute habe ich meinen ganzen Körper nach dem Waldtag abgesucht, noch auf der Toilette des Kindergartens. So, noch während der Mittagspause schaue ich auf meinen Arm und da beißt mich eine Zecke. Also nicht in dem Moment, wo ich geschaut habe, sondern kurz davor wahrscheinlich, weil ich dachte, ich habe ja vorher alles abgesucht. Was ich damit sagen will, wir können davon ausgehen, wir haben eine ernstzunehmende Zeckenplage. Nein, Spaß beiseite. Falls ihr in den Wald geht, dann sucht euch echt ab, denn Zecken sind scheiße. Ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht todkrank. Beim ersten Mal habe ich es überlebt, vielleicht werde ich jetzt sterben.